Saint-Sulpice ist eine katholische Pfarrkirche im Pariser Stadtteil Saint-Germain-des-Presse. Sie ist dem heiligen Solpikius II. von Burtsche als Namenspatron geweiht. Die Kirche hat eine Länge von 118 Meter und eine Breite von 57 Meter. Unter den Kirchenschiffen befinden sich diverse Krypten, deren Grundflächen zusammen fast genauso groß sind wie die Grundfläche der Kirche selbst. Saint-Sulpice wurde von einigen der größten Familien Frankreichs zur Grabstätte auserkoren. Geschichte Der romanische, mehrfach erweiterte Vorgängerbau aus dem 12. Jahrhundert wurde im 17. Jahrhundert größtenteils abgerissen. 1646 wurde der Grundstein zu einem Neubau nach den Plänen von Christophe Gammert gelegt. 1655 übernahm Louis-Leuau die Bauleitung. Nach dessen Rücktritt legte Daniel Gittert einen Entwurf vor, der ab 1660 verwirklicht wurde. Bereits 1678 unterbrach Geldmangel die Bauarbeiten. Nur der Chor samt Umgang und Kapellen sowie das Nordquerhaus und die Führungspfeiler waren damals fertig. Langhaus, Führung und südlicher Querhausarm wurden erst zwischen 1719 und 1736 durch Gilles-Marie-Oppenort errichtet. Saint-Sulpice ist eine dreischiffige Basilika mit Umgangsschauer und kaum über die Fluchtlinie vortretendem Querhaus. Zwischen den Strebepfeilern sind Kapellen eingezogen, unter denen die Marienkapelle am Chorhaupt hervortritt. Das Mittelschiff ist zweizonig aufgebaut. Unten Pfeilerarkaden mit einer vorgelagerten korinthischen Pilasterordnung. Darüber die Wölbungszone mit einer Längstonne samt Stichkappen für die Obergardenfenster. Die Gesamtdisposition ist als Reduktion des Schema der gotischen Pariser Kathedrale Notre-Dame zu verstehen. Vermittelt über die Pfarrkirche St. Eustache de Paris auch Detailformen in den älteren Bauteilen erinnern an gotische Vorbilder. Die westliche Doppelturmfassade gehört, wie wohl noch zur Zeit der Bauarbeiten am Langhaus errichtet, einer neueren Stilstufe an. Aus einem Wettbewerb ging 1732 der Theaterarchitekt Giovanni Niccolò Servandoni, ein Florentiner französischer Abstammung, als Sieger hervor. Sein Entwurf gewann in der Realisierung mehr und mehr antikisch-römische Größe und weist schon auf den frühen Klassizismus voraus eine Tendenz. Die Jean-François Chalgrin mit seinem Entwurf für neue Turmfreigeschosses fortschrieb. Servandoni war in Paris eigentlich berühmt geworden mit seinen barocken Bühnen und Festdekorationen, die ihn auch nach Lissabon, Dresden und London führten. Und eine ähnliche Tendenz zur theaterhaften Prachtentfaltung findet sich auch hier allerdings in einer etwas zwiespältigen Version. Was auf einer Bühne wirkt, wirkt nicht unbedingt an einer Kirchenfassade. Servandoni hat hier bei weitem nicht das erreicht, was bei anderen großen Barockkirchen so überzeugend wirkt. Die Fassade von Sankt Sulpais ist proportional unausgewogen. Die beiden großen übereinanderliegenden Säulenhallen werden von den Türmen nicht zusammengefasst. 1642 gründete Jean-Jacques-Ullichir die Kongregation der Sulpizianer, einen katholischen Orden und das Priesterseminar Sankt Sulpais, mit dem Hauptzweck der akademischen und spirituellen Priestererziehung, die bis heute existiert. Das Priesterseminar und die Schule von Sainte Sulpais waren geistige Horte der französischen Revolution. Aus ihnen sind sie als und Tellyrand führende Köpfe der Revolution hervorgegangen. Während der Revolution wurde die Kirche als Siegerstempel bezeichnet, woran heute noch ein Schild über der Mitteltür des Haupteinganges erinnert. Kurz danach aber geplündert und beschädigt. Im Rahmen der Wiederaufbauarbeiten wurde die erste Südkapelle mit zwei Fresken von Eugene de la Croque aus den Jahren 1858 bis 1861 geschmückt. Die den Kampf Jakobs mit dem Engel und die Geschichte Heliodons zeigen Orgeln. Sankt Sulpais beherbergt zwei Orgeln. Die große Hauptorgel auf der Westempore und eine Chororgel. In Sankt Sulpais finden sonntags regelmäßig Orgelkonzerte statt. Hauptorgel Die Hauptorgel geht zurück auf ein Instrument, das im Jahre 1781 von dem Orgelbauer François-Henrik Lequot gebaut wurde. Im Jahre 1862 baute der Orgelbauer Aristide Cavalierkul unter Wiederverwendung des vormaligen Instruments eine neue Orgel, welche mit 100 Registern eine der größten Orgeln Europas war. Das Cavalierkul-Instrument ist bis heute kaum verändert und gilt als eines der Hauptwerke des spätromantisch-symphonischen Orgelbaus. Im Laufe der Zeit wurde die Orgel nur geringfügig modifiziert. Zwei Register wurden ausgetauscht. Das Bombardenwerk wurde als Solowerk auf das 5. Manuain verlegt. 1934 wurden zwei Pedalregister ergänzt. Zwischen 1988 und 1991 wurde das denkmalgeschützte Instrument durch den Orgelbauer Jean Renaud aus Nantes einer umfassenden Restaurierung und Generalreinigung unterzogen. Trotzdem ist die Orgel in einem so originalen Zustand, wie man ihn sonst selten findet. Was vor allem der Reihe von großen Organisten wie Louis-James-Alfred Lefibour-Vey, Charles-Marie-Vidor, Louis-Virne, Marcel Dupré und Jean-Jacques Grunenwald zu verdanken ist, die ihr Instrument respektierten und liebten und damit vor Veränderungen schützten. Von 1850 bis 1863 war der aus Trier stammende Georg Schmidt Organist. Seit 1985 ist Daniel Roth Titular Organist in Sert Solpais, der sich auch um die Ernennung der Orgel zur UNESCO-Weltkulturerbe einsetzt. Die Orgel hat heute 102 Register auf 5 Manualwerken und Pedal. Die Spiel- und Registertrakturen sind mechanopneumatisch. Koppeln Normalkoppeln Suboktavkoppeln IIIIIIIIIIIIIIIIVIVIVVV Anmerkungen Ist gleich originales Pfeifenmaterial von 1781 Chororgel Die Chororgel mit 21 Registern wurde 1844 von Dublain und M. Kalinett gebaut und 1857 von Aristide. Kavaje Kohl repariert und vergrößert. Das rein mechanische Instrument besitzt Schleifladen. Die 21 Register verteilen sich auf zwei Manuain und Pedal. Die Disposition ist wie folgt. Koppeln 2IIIIP2P Spielhilfen Spielhilfen Appell Grand Orgü Appell an Chisreset Organisten bis 1601 oder 1614 Nikolas P. Scheuer Ca. 1618 Ca. 1651 Vincent Coppeau Ca. 1651-1702 Guillaume Gabriel Nevers 1702 Ca. 1714 Jean-Baptiste Totin 1715-1749 Louis-Nicolas Clé-Rambault 1749-1760 César François Clé-Rambault 1761-1773 1761-1773 Evra Dominique Clé-Rambault 1773-1783 Claude Etienne Luce 1783-1819 Nicolas Sejan 1819-1849 Louis-Nicolas Sejan 1850-1863 Georg Schmidt 1863-1869 Louis-James Alfred Lefebvre 1870-1934 Charles-Marie Vidor 1934-1971 Marcel Dupré 1973-1982 Jean-Jacques Grunenwald Seit 1985 Daniel Roth Mittagsweiser 1727 Errichtete der englische Uhrmacher Henry Sully im Auftrag des Priesters Lorde Degert zu einem Mittagsweiser in der Kirche Durch ein Loch in der Südwand fällt am Mittag Sonnenlicht auf eine Messinglinie am Boden und in der Verlängerung weiter auf einen elf Meter hohen Obelisken Sie nebenstehendes Bild Die Linie ist mit Kalenderdaten skaliert so dass außer dem Moment des Mittags auch Kalender und astronomische Daten angezeigt werden Die Sommersonnenwände im Bild vorn die Äquinoxien in der Nähe des Altars die Wintersonnenwände oben auf dem Obelisken In den Brauns Buch Da Vinci Code spielt die Handlung teilweise in der Kirche Saint-Sulpice Dabei wird der Gnomon fälschlicherweise als heidnisches astronomisches Gerät ägyptischen Ursprungs bezeichnet und die Sonnenlinie auf dem Boden als Pariser Meridian der tatsächlich einige hundert Meter entfernt verläuft Beisetzungen In der Kirche Saint-Sulpice wurden bestattet 1742 Luise Elisabeth de Bourbon Bourbon-Conde Mademoiselle de Charolais später Mademoiselle de Bourbon Tochter des Louis III de Bourbon Prinz de Conde und seiner Frau Luise Françoise de Bourbon Außerdem 1663 Lubin Baukin Maler 1686 François Blondel Baumeister und Ingenieur 1700 Armand de Beja Schauspielerin und Theaterdirektorin Witwe von Moliere 1717 Jean Jouvenet Maler Andere Ereignisse Im Jahr 1772 heiratete hier Marie-Angélique Diderot die Tochter Dennis Diderot den industriellen Abel François Nicolas Karolion D. Van Doyle Im Jahr 1822 heirateten hier Victor Hugo und Adele Fucher Im Jahr 1841 heirateten hier Heinrich Heine und die Schuhverkäuferin Eugenie Crescentia Mirat die sich seit 1834 kannten Der Marquise Desade und Charles Baudeller wurden hier getauft Denn Brauns Roman Sacrileg enthält eine Szene am Anfang in der der gefallene Mönch Silas in der Kirche unter dem Verlauf des Meridians nach dem Heiligen Graal sucht Auch in der Hollywood Filmversion The Da Vinci Code Sacrileg spielt eine Szene in St. Sulpais Fontaine Visconti Vor der Kirche steht der Visconti-Brunnen erbaut 1844 nach Plänen von Luis Visconti nachdem er benannt ist Der Brunnen trägt aber auch noch andere Namen beispielsweise Fontaine des Quatre Ewequis Keiner der vier dargestellten Kirchenoberen hat es jemals zum Kardinal gebracht weshalb auch der Name Fontaine des Quatre Poings Kardinaux gebräuchlich ist wobei Poing die Bedeutung von Nie hat Der Brunnen hätte dann die Bezeichnung Brunnen derjenigen die Nie Kardinäle waren Die Namen der Bischöfe sind Jacques Benigne Bossut François Fenelon Jean-Baptiste Massillon und Esprit Flechier Die Löwen zu Füßen der hier geehrten haben nicht die übliche klassische Würde sondern zeigen ausgesprochen aggressives Verhalten allerdings in dieser Form sehr überzeugend